ja leitstelle von frage einsatzort kommen hier spricht die leitstelle auftrag warnung der bevölkerung durch sprachdurchsagen stromausfall im bereich der transformatoren kommen ja warnung der bevölkerung stromausfall im transformatoren bereich verstanden ende wie mache ich das jetzt da gibt es jetzt mehrere möglichkeiten die jetzt als einsatzleiter in kopf kommen wie kann man jetzt mit seiner vorhandenen technik die bevölkerung waren vor einer gefahrenlage und wir spielen das erstmal durch was würdest du nehmen vielleicht vielleicht das achtung das ist eine durchsage geht vielleicht ein bisschen aber nicht gut oder vielleicht mit dem megafon achtung achtung auch schon nicht schlecht dann haben wir bei uns im auto eine eingebaute sprechanlage ihr habt gesehen so richtig das perfekte war für mich noch nicht dabei aber da gibt es natürlich technik über die spieler jetzt sprechen werden es geht und passt meditechnik um den street retailer das heißt das ist die professionelle variante wir sind wahrscheinlich vom bundesgrenzschutz von polizei bundeswehr kennt und auch in der schifffahrt sogar eingesetzt wird das ist halt professionelle technik und die wir uns jetzt mal gemeinsam angucken zum einen wie es so die sprachqualität weil das ist natürlich das wichtige wir sprechen aber auch mit einem fachmann von der firma pass medientechnik dann werden wir darüber sprechen kann diese anlage auch noch mehr wir werden darüber sprechen wie man das bedient gibt es da sicherheitsfunktion und so weiter aufnahme möglich darüber wenn wir auch sprechen und was man auch hinterher auswerten kann bei diesen sprechanlagen an technik ist unglaublich wie weit die technik da ist seid gespannt jetzt im video los geht's so erzählen kann man in der theorie natürlich viel wir wollen uns das jetzt mal in der praxis angucken also jetzt bin ich wirklich neugierig gehört habe ich das biste ja schon mal auf der messe und jetzt machen wir einen live test draußen in der freien natur wollen mal gucken wie weit man das wirklich gut versteht packen wir das schätzchen erstmal aus also alles toll verpackt finde ich auch wichtig alles schön übersichtlich und gut geschützt wir werden das jetzt mal oben auf dem mtv mal aufbauen und dann geht der test auch schon los wenn man jetzt auch mal genau hinguckt sieht man auch eine ausführliche bedienungsanleitung man sieht hier die line in technik mit weiß gekennzeichnet mikrofon technik alles rot und alles was mit der stromversorg zusammenhängt gelb finde ich auch toll dass das getrennt ist und mal gucken hier das bedienteil das ist schon alles das schon alles richtige qualität merkt man schon aber rauf damit es fängt jetzt an mit dieser magnetmatte diese magnetmatte kann man jetzt oben auf das fahrzeug drauf setzen und das hält das ist wirklich tüv geprüft zertifiziert quasi dass man da den lautsprecher dann auf dieses schienensystem drauf setzt also nichts von wegen löcher durchbohren oder sowas und dann rauf und fest so jetzt wo es ums detail geht habe ich natürlich den fachmann hier von der firma pass medientechnik den uli hallo uli schön dass das ist das heißt wir haben uns auf der messe kennengelernt und ich habe gesagt was für ein cooles zeug und ich habe eben noch allein angeschlossen zusammen mit laurent und das war wirklich selbsterklärend die stecker sind halt kann man eigentlich nichts falsch machen und das ist das steuergerät uli wenn es für dich okay ist würde ich mal ganz kurz nur mal die sprachqualität testen auf die entfernung einfach mal gucken wie hört sich was an den verschiedenen abständen bis bis 200 meter wollen wir gehen oder so das ist durchaus möglich sprachverständlichkeit ist unser key focus das sollten wir hinbekommen okay aber es macht auch nichts weil die lautsprecher ist oben hinter dem rtk hinter dem blaulichtbalken aufgebaut stört das nicht das stört keinesfalls weil der direktschallanteil ist so groß das hat keine negativen auswirkungen okay ich habe ja ein bisschen das bezweifelt aber ich höre mir das jetzt mal in der praktische sand hier ist der fachmann und ich teste das mal für euch jetzt durch verschiedene abstände los geht's also das ist jetzt hier das hand bedient bedienteil bediengerät oder das ist ein bedienteil und mit integrierten verstärker okay das heißt ich mache das mal an ihr power gedrückt halten und jawohl das ist richtig und loslassen ja und da haben wir genau das thema die erste schutzschaltung weil der aufgedreht ist ganz genau sich runter und dann erst dann kommt das hauptmenü mit dem ich starten kann hier kann ich zwei modi wählen high und low nicht mal high genau set richtig das ist ja das ist prima und dieses rauschen ist nur kurz der verstärker hat sein ok gegeben ja und was sehen wir hier der instant player wo die schon erwähnten sirenentöne drauf liegen die können wir starten indem wir dann die tasten nehmen 12 oder drei drücken okay und dann den lautstärkeregler nach oben ziehen das ist lauter ich glaube ich will nicht dass die kameraden ausrücken deshalb machen wir es mal wieder aus aber das ist schon gut also es funktioniert das ist ja echt easy und wenn ich jetzt einfach mal mit meinem handsprechgerät hier mit dem handmikrofon wenn ich damit jetzt aber was muss ich dann einstellen ja ganz einfach das regelt das gerät automatisch du nimmst das mikrofon in die hand und kannst über die rote taste oben das eine auge von sit eine aufnahme starten dann starte ich mal eine aufnahme diese kannst du dann mit dem grünen knopf wieder abspielen wahnsinn und hier der schwarze sein live sprechen ganz genau das ist für die live durchsagen rückkopplungsfrei sind aber die beiden rot und grünen tasten wenn man mit der maximal lautstärke fährt das ist jetzt der pass medientechnik test ist es wirklich gut hörbar ja oder nein so jetzt mal so ein fünf meter test achtung das ist jetzt der pass medientechnik test ist es wirklich gut hörbar ja oder nein ja so das sind ungefähr 50 meter hören wir mal das ist jetzt der pass medientechnik test ist es wirklich gut hörbar ja oder nein das ist jetzt der pass medientechnik test ok wir gehen weiter das ist jetzt schon ganz schön weit 100 meter wir hören mal also ich hoffe das kommt also ich hoffe das kommt mikrofon jetzt gut rüber das ist super klar ich glaube das ist jetzt schon ganz schön stück 150 meter entfernt da bin ich jetzt wirklich mal gespannt also das sind jetzt 150 meter man hört es wirklich noch gut es wird zwar jetzt langsam leiser das ist auch ein bisschen windig ist ja freies feld aber das überrascht mich wirklich weil das ist wirklich schon weit weg und hammer echt oder hört man das gut ok ich glaube das ist jetzt ich befürchte fast 200 meter schon ganz schön heftig aber wir wollen mal reinhören gefühlt wie bei der 150 meter marke ich merke jetzt keinen unterschied das ist wirklich super echt klar und deutlich klar und deutlich man versteht es ich hoffe das kommt mikrofon wirklich so gut an aber da bin ich wirklich überrascht das ist sehr heftig man kann dich da ran und lauter sprechen und man hört das super wir hören mal einen anderen ton und jetzt mal was versteht ihr im ersten satz von einer anderen durchsage die nicht von mir ist Notfall also das war jetzt wirklich laut also wahrscheinlich auch mal schnell durchgesprochen das ist auch anders wenn man sich wirklich mühe gibt und mal ein bisschen ins mikrofon reindrückt tatsächlich also das war heftig beeindruckend wenn ich jetzt die eingebaute lautsprechanlage von dem mtv anschmeiße dann wisst ihr was eine blechtrommel ist das wird man hier kaum verstehen aber wir testen das gleich mal wir hatten mal die aufgabenstellung von unserem stadtbrandmeister an die ortsbrandmeister macht euch mal gedanken wie wollt ihr alarmieren wenn ihr stromausfall habt blackout ist ja gerade das thema machen sich viele gedanken drum und jetzt gibt es eine lösung man muss also nicht mit megafon durch die straßen fahren und sagen liebe kameraden kommt zum feuerwehrhaus nein man kann auch mit dieser pass medientechnik box kann man so mit dem street hailer einen alarm geben das heißt ich zeige mal wie das ist da gibt es nicht fertige programme drauf und den spielen wir jetzt mal ab meine kameraden sind vorgewarnt achtung das ist nur ein probealarm deshalb jetzt drücke ich mal auf den knopf los geht's das brechen wir mal ab ihr wisst was ich meine man kann also wirklich damit auch ernst machen in der notlage nicht nur die bevölkerung waren sondern auch die eigenen kameraden alarmieren das beste eben wir haben das ungefähr vier kilometer vom dorf weg diese dieses video gedreht und wir wurden angesprochen was ich denn da für einen komischen kram erzählt habe wir wurden komplett gehört und verstanden auf vier kilometer entfernen ob ihr es glaubt oder nicht wir waren in freien pläne im ganzen dorf hat man mein video gehört krank wir haben uns auf der messe getroffen und da habe ich das erste mal gesehen und da ist mir erst das thema beschallung oder diese todtätig ist so ja halb spannend tatsächlich hat mich das jetzt ganz schön gepackt und will euch mal zeigen dass es halt unterschiede gibt also gerade diese sachen so bevölkerungswarnung wird ja eigentlich ich glaube eher mehr als weniger oder ich denke mal da wird es einen trend hingeben dass eben die sprachverständlichkeit immer wichtiger wird genau also das heißt bevölkerungswarnung blackout gefahr was macht man wenn kein strom da ist wie warnt man die leute man fährt durch die straßen und da habt ihr sozusagen das eine frage der mehrere aber ich sag mal das ist so jetzt euer paradeprodukt sei mal sowas für fahrzeug fahrzeug an mir schon sagen für die alarmierung der bevölkerung eingesetzt wird der street hailer oder der street hailer ist hochmobil und kann von fahrzeug zu fahrzeug gewechselt werden unterschiedliche anbringungsmöglichkeiten mit saugnäpfen oder eben auch einer tüv zertifizierten magnet matte was ich mega interessant finde ist gerade wenn man sich vorstellt mehrsprachigkeit man kann eine eine sprache aufzeichnen in deutsch in englisch spanisch französisch arabisch keine ahnung und kann es dann per knopfdruck oder ein endlos automatik abspielen lassen das heißt man kann durch die verschiedenen wohngebiete wo vielleicht auch eine höhere bevölkerungssicht von den verschiedenen ländern quasi vorhanden kann man das sozusagen abspielen und für jeden verständlich machen man ist ja selber auch in der pflicht information ist eine bringschuld muss auch sich darum kümmern dass man auch jeden erreicht man kann nicht einfach nur sagen wir machen es auf deutsch und gut ist es ist ein man ist eine verpflichtung sehe ich so an alle bevölkerungsgruppen zu denken das ist richtig man darf es aber nicht mit einer automatischen übersetzung verwechseln es ist entscheidend dass hier eine ordnerstruktur einfachste ansagen sozusagen auswählen lässt in dieser software ist folgendes möglich dass man zwischen den sprachen wenn man vorgefertigte sprachaufnahmen hat kann man die in unterschiedlichen sprachen ablegen und dann automatisch sicher sein dass ich die richtigen files beziehungsweise inhalte abspiele das ist ja mega interessant gerade ja wenn man in städten wohnt wo vielleicht auch nicht jeder deutsch spricht kann man natürlich auch gezielte durchsagen an die bevölkerung natürlich in anderen verschiedenen sprachen abspielen das finde ich ja das ist ja eine richtig coole idee einfacher geht es nicht wahnsinn zu dem street hater selber das also wie so ein lautsprecher aber diese beschichtung ist das jetzt speziell wasser abweisen oder hier so spritzwasser geschützt oder also erstmal grundsätzlich wir haben hier hörner mit treibern drin eine spezielle entwicklung für gute sprachausgabe der lautsprecher hat eine edelstahl mesh netz was in ip 65 spritzwasser geschützt das ist selten glaube ich das ist ja also man könnte es mit dem hoto kann ja rauf halten und gut ist das ist richtig das heißt man kann sich mal dran lassen sommerwinterregen genau das finde ich spannend also ip 65 ist eine ansage es gibt ja dieses eine video weiß nicht ob du das kennst im internet hier mit invasion vom mars diesen knack 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 und dann kommt im vergleich eine polizeidurchsage in irgendeiner stadt das hörte sich fast genauso man hat nichts verstanden auch beim besten willen sprachqualität ist schon immens wichtig dieses video wird auch immer gern als einstieg für vorträge unsererseits nutzt zu diesem mikrofon für die sprachangabe ist mir was besonders aufgefallen also ich habe hier erstmal drei knöpfe schwarzen rot und grün schwarz ist für die direktdurchsage das heißt eins zu eins wenn ich spreche würde es dann auch hier raus kommen ich kann dann mit rot aufzeichnen so achtung überschreibst kann man sozusagen ein eine datei selber erstellen die ich dann hier per knopfdruck wieder so lange ich gedrückt hatte abspielen lassen in endlos schleife wenn ich nicht loslassen die sozusagen in einen temporären speicher geschrieben wird und mit dem nächsten satz übersprochen werden kann also das heißt mit dem nächsten satz übersprochen werden kann ich sage wie ich wieder neu aufnehme und wieder neu überschreibe das heißt ihr nehmt immer nur den letzten den ich hier aufnehme der ist dann sozusagen über die grüne taste abrufbar an die auch genial das heißt ich nehme es ich nehme es einmal in ruhe auf ich sage mensch hallo pass medientechnik ich habe mich total in euch verknallt und wenn ich das dann hier abspielen möchte drückt halte ich hier gedrückt und er sagt das dann immer wieder man ich habe mich hart in pass medientechnik verknallt man ich habe mich hart in pass medientechnik verknallt das würde dann hier sozusagen passieren also auch und man kann ruhig dicht dran das heißt ihr könnt ja irgendwie auch richtig laut verarbeiten das ist ein ganz wichtiger hinweis dieses mikrofon ist nah besprechfähig bis 140 db also 140 db ganz nah an den mond daran führen desto besser kommt die sprache rüber jetzt stellen wir uns mal folgendes vor jetzt fahren wir durch die stadt und waren die bevölkerung und hinterher gibt es irgendwie rechtsstreitigkeiten was gab es auch schon wir wurden ja gar nicht gewarnt wir wussten von nichts das heißt man ist auch als warnender manchmal in der beweispflicht und ihr habt was schönes bei euch mit drin dass man sozusagen google auf google maps quasi oder auf einer karte darstellen kann wo habe ich was gesagt also das heißt jetzt auf sprach und koordinaten quasi was durchgesagt wurde oder richtig wir nennen das protokoll rekorder ist als option zu bekommen und hilft letztendlich den einsatzkräften dabei entsprechende falsch behauptungen zu entkräften das heißt muss man das dann aktivieren oder läuft das immer mit das läuft automatisch mit als optionales bord das mega also total cool also man ist halt auf der sicheren seite und das ist halt professionelles gerät deshalb dieses video aber total spannend danke ja uli also wir haben also mega test gemacht ich muss sagen tatsächlich ist dieses laut sprecher thema für mich mega interessant geworden und also erstmal ganz herzlichen dank dass du uns das mal so zum test zur verfügung gestellt hast ich weiß nicht wie ihr das findet kommentiert mal bitte unter dem video wenn ihr fragen habt für mich total wichtiges thema gerade jetzt weil die katastrophalen lagen eigentlich eher zunehmen als abnehmen und ich glaube man muss sich auch als feuerwehr oder rettungsdienst gedanken machen was ist wenn wenn es soweit ist es zu spät man braucht ein bisschen vorbereitungs und vorlaufzeit obwohl hier immer mit schnellaufnahme kann man vielleicht um das system hat viel überbrücken und einfach mal eine schnelle aufnahme ablegen und wieder abrufen das ist natürlich super aber ein gerät man muss sich gedanken machen und auch mit der tontechnik befassen bevor man irgendwas beschafft finde ich also deshalb super wenn ihr fragen habt kommentiert oder direkt passt medientechnik oder die firma wok kommen direkt kontaktieren dass man da vielleicht mal ein bisschen hilfe bekommt aber ich denke mal das ist recht eindeutig was wir hier heute festgestellt haben also lieben dank für die hoffenheitsamkeit uli die auch vielen dank und danke für das interesse alles klar wir sagen bis zum nächsten video euer feuer willi und der uli weiter was war das denn ist das laut ich glaube ihr das ist ja gar nicht handmikrofon ihr habt einen eigenen namen dafür entwickelt ja das ist sit parallel also bekannt aus dem film ice age das sieht echt so aus recht cool hallo sit willst du nuss das ist fest aber ja wir im ja ä Bis zum nächsten Mal.